Ja, liebe YouTube-Freunde, was macht alle Bauerausi? Sonntag, 3. Mai. Es regnet immer noch. Ich denke, wir haben weit über 100 Millimeter Niederschlag bekommen. Das Schöne ist am Sonntag, wenn da eine Zeitung im Live-Kasten ist. Die NZZ am Sonntag werde ich jetzt lesen. Schaut mal, wie dick die ist. Ja, hat man Zeit und liest eine Zeitung.